Und willkommen meine lieben Zuschauer, zurück bei Let's Play Mega Man 3. Wir sind bei den großen 8, bei The Big 8. The Big 8? Ja doch, passt so, grammatikalisch. Angekommen. Und jetzt müssen wir uns erstmal entscheiden. Ich fange links oben an. Wer ist da? Oh, Needleman, es war der Gemini Laser, das weiß ich total. Das weiß ich noch. Wow, natürlich, ich kann nicht schießen, wenn der noch in der Luft ist. Das ist ja... Nein, verfehlt. Ah, verdammt. Wupp, verdammt. Auf, die kriegen wir Energie zurück. Spring erstmal. So. Ja, oh nein, nicht teleportieren, Mega Man. Okay, der erste geschafft. Gut, dann machen wir links unten weiter. Wen haben wir da? Magnetman. Es war Spark, das weiß ich noch. Spark. Verdammt. Verdammt. Nein. Ich habe einen Speicherpunkt gesetzt. Nur so gesagt, weil ich will das jetzt echt nicht vermasseln. Hm. Mache ich erstmal einen Magnetenmähen. Das ist mir jetzt sehr wichtig. Deshalb. Deshalb, ja. Damit wir uns richtig verstehen. So. Moment mal, ich habe seine eigene Waffe und die ist effektiv. Hä, was ist da denn los? Seine eigene Waffe ist effektiv gegen den? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wow. Es wäre auch schon mal schön, wenn ich ihn treffen könnte. Was zur Hölle? Hier springe ich ja nicht rum wie so ein springfreudiges Känguru. So. Ja, ich kann auch springen. Siehste, weil... Hä? Ich sollte auch einfach mal mit ihm springen. Die Spring-Buddies. Jawoll. Geht doch. Okay. Wupp. Speicher gesetzt. Hm. Oben war es der... Wer war nochmal oben? Das habe ich jetzt total vergessen. Es war Needleman, genau. Mach ich mal hier weiter. Wen haben wir hier? Germany. Es waren die Snakes. Die Satchling-Snakes. Wow. Ja genau, renn rein. So. Wow, wow, wow. Ne. Okay. Gut. Ihr seht zwar, ich verwende... Ich speichere zwar, aber ich verwende keine E-Tanks, ja? So, damit es sich ausgleicht, okay? Oh mein Gott. Es waren die Magnet-Missiles, oder? Wow. Ja, es waren die Magnet-Missiles. Oder? Verdammt, sie sind leer. Wow. Verdammt. Das geht schief. Ja, das geht sowas von schief. Ich muss gezielter arbeiten. Okay. So. Wupp. Ich glaube, ich muss doch einen Energietank verwenden. Sonst komme ich da nicht durch. So. Huuuuh. Das ist ne Arbeit hier. Wupp. 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 Soda. Wupp. Das war doch die Waffe, aber warum geht die so schnell leer bei mir? Hä? Ach ne. Falsch. Wupp. Das wird knapp. Wupp. Na. Äh. Ich hab dich. Ich hab dich, mein kleines Stückchen. Huuuuh. Meine Güte. Speichern. Und weiter geht's. Oh. Äh. Was war gegen den gut? Das weiß ich gar nicht. Äh. Den hab ich mit dem normalen Buster. Was hatte ich denn gegen den noch nicht? Shuriken. Nö. Wupp. Oder? Spark vielleicht. Ne. Ist es auch nicht. Was war gegen den gut? Niedeln. Oder? Wupp. Wupp. Äh. Was war gegen den gut? Hallo. Die Hard Knuckles. Die hatte ich noch. Noch keinen bei den neueren. Es ist die Waffe. Oh. Wow. Ich bin gleich wieder. Tot. Ja. Hehehe. Okay. Okay. Aber es sind die Hard Knuckles. Jetzt weiß ich das schon mal. Wow. Verdammt. Wow. Er hat zu früh gesprungen. Jetzt kommt er. Okay. All right. Das ging ja gerade noch so. Ich glaube ich mach Needleman mal jetzt. Dann kann ich ein bisschen Energie mir holen. So. Ja okay. Am besten warten bis er einmal gesprungen ist und dann. So. Verdammt. So. Verdammte Kiste. Ich kann doch auch einfach mal nicht getroffen werden. Oder? Na toll. Äh. So. Wie weiche ich denn jetzt aus? Wie weiche ich den aus? Äh. Äh. Ich bin hier gerade. Okay. Ging ja einigermaßen. Ich hab ein bisschen weniger Energie von dann. Aber sonst. Naja. Okay. Wen hatten wir noch? Oh mein Gott. Wir hatten Shadow Man noch nicht. Den Bastard. Der ist wahrscheinlich hier oben, oder? Nein. Das ist Snake Man. Was war gegen den? Die Schuriken hab ich noch gegen jemanden gebraucht. Es ist die Waffe. So. So. Energietank. Vertippt hier. Meine Güte. Jetzt reg ich mich nochmal richtig auf. Okay. Snake Man. Ein paar Schlangenlederstiefel. Das wär was. So. So. Äh. Ganz ruhig, Christian. Du kriegst das hin. Du hast die beim ersten Mal geschafft. Du schaffst auch ein zweites Mal. So. So. Du solltest wahrscheinlich früher den Energietank einsetzen. Was meinst du? Ja, das könnte vielleicht helfen. Pff. Hm. Okay. So. Energietank. Jetzt und sofort. Das war mein letzter. Und da hab ich noch einen. Das war mein letzter. Grandios. So. So. Jetzt muss ich den aber auch hinkriegen. Was zur Hölle? Kann es sein, dass es gar nicht seine Waffe ist? Es waren die Niedel. Die Niedel. Die ganze Zeit. Ich hab gar nicht seine Waffe gehabt. Verdammt. Das könnte mir auch... Nein. Das kann mir gar keiner sagen. Wer denn bitte? Außer einer, der das Spiel schon gespielt hat. Aber ne. Das haben sich ja gar nicht so viele. Oh mein Gott. Wo ist Shadow Man? Ich brauch den verdammt nochmal. Jetzt hab ich ihn genommen. Jetzt kann ich nix mehr zurück machen. Wen hatte ich noch nicht. So. Gespeichert. Jetzt kann ich nix mehr zurück machen. Ich hab meinen letzten Energietank verbraucht. Spark Man. Die Shuriken sind gegen ihn, die Waffe. Okay. Okay. Falle Kraft. Alright. Jetzt bleibt nur noch Shadow Man. Oh Mann, wie ich den Typen verabscheue. Fast so schlimm wie den Yellow Devil. Oder genauso schlimm. Könnt man sagen. Oh mein Gott. So. Wer lässt sich aber auch von der Prima Ballerina hier besiegen? Ich zumindest nicht. Warum ist sie auf einmal so leise? Okay. Was kommt jetzt? Oh. Ich kann Energie aufsammeln. Äh. Magnete. Leben. Sehr schön. Was könnte ich noch brauchen? Ich glaub die Magneten sind am... Am geringsten. Oh mein Gott. Mein Gott. Leute. Hier mach ich ne kleine Pause. Anscheinend ist dann der nächste Part der Finale. Oder weil er halt wieder was in der Hinterhand und dann schreibt uns das so und der Dinar schlägt sich. Neh heh heh. Mich wird er niemals beim ersten Mal kriegen. Okay also. Drei nozi Jovo. I love to entertain you. Goodbye und tschüss und wir sehen uns beim nächsten Part. Auf Wiedersehen. iledstpleleft. Das Ei-Toma. Entschuldigung. Ich werde auch auf die MeierRRR 1917 plano介ffen. Das Ei-Toma. Das Ei-Toma. Das Ei-Toma. Oder Ei-Toma. Entschuldigung. Entschuldigung. Das Ei-Toma.